Jedes Mal das Gleiche, immer nur Zombies im Fernsehen. Zombies auf der Couch, auf dem Sofa, Zombies draußen und Zombies auf dem Dachboden. Hallo? Hey, wach auf! Es ist bald dunkel, wir können bald nach draußen. Flo, endlich wieder was zu fressen! Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft als Zombies. Oh Mann, Flo, ich bin so hungrig. Dieses ganze verrottete Fleisch hier drin, das ist echt nicht so lecker. Oh, ein kleiner Augapfel. Warte, was? Hast du einen Augapfel wirklich gegessen? Ist ja eklig. Ich glaube, es ist dunkel genug. Ich glaube, wir können rausgehen, oder? Oder warte mal. Nein! Wir können doch nicht rausgehen. Okay, es brennt. Nein, lass mich heißen! Flo, Mann, ich verbrenne! Oh Gott, nein, wir haben kein Wasser mehr. Ja, Entschuldigung, ich dachte, es ist vielleicht schon dunkel. Kann ich doch nicht ahnen, ich muss irgendwo ins Wasser. Nimm das. Hast du... Was? Oh, Melonen-Smoothie! So lecker! Nice! Okay, das ist das Einzige, was Zombies trinken können, weil es sieht nach Blut aus. Okay, können wir jetzt raus? Ich weiß nicht, wir dürfen halt nicht von der Sonne gesehen werden. Oh Gott. Okay, okay, die Sonne darf uns... Ah, ich glaube, die geht langsam unter, oder? Glaubst du? Ich glaube, ja, ich sehe sie zumindest nicht mehr. Es wird langsam ein bisschen finster. Das heißt, wir können jetzt gucken, ob wir irgendwas zu fressen kriegen. Wir sind hier in so einer alten, überfallenen Stadt und... Ja, es ist dunkel! Nice! Wir können endlich draußen rumlaufen! Wie cool! Oh Mann, ich habe den Boden hier angezündet, als ich hier draußen war. Und nicht unsere Veranda! Das ist so unser kleines, schönes Zombie-Haus hier. Lass mal gucken, ob irgendwo jemand zu Hause ist. Hier ist jemand, der hat Baumwolle. Hä? Werden Zombies Baumwolle essen? Ja, irgendwie schon. Ich kann auch Baumwolle essen. Ja, lecker! Schmeckt eigentlich ganz nice, die Baumwolle hier. Wohin irgendwo, Leute? Die wir überfallen können? Muss man schauen, ob die irgendwo ein Haus haben. Ja, kann ja sein, dass hier irgendwo ein Haus gibt. Komm, die hier ist überwachsen. Schau mal, ob irgendwo ein Nicht-Überwachsenes ist. Ja, das dachte ich nämlich auch. Da sind Vögel auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob hier niemand mehr wohnt. Was ist mit dem hier? Die haben hier sogar Sachen im Garten. Spinat. Ich glaube schon, oder? Lass mal schauen. Komm mit rein! Hier kriegen wir was zu fressen. Was? Was ist das denn, Flo? Oh mein Gott! Das ist Arnold Schwarzenegger! Der ist grün! Nein, das ist Hulk! Was? Nein, das ist Hulk! Das ist Adi! Nein, das ist Hulk! Guck mal, die sieht sich aus wie er. Spinat und hohe Eier. Du siehst exakt so aus. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Warte mal, lass mal hochschauen. Meinst du, hier wird so ein Sport-Junkie? Guck mal, der hat überall so Spiegel und Handels. Ich will auch passen, denn wir haben jetzt nicht so viel Fleisch in uns. Wir sind jetzt nicht so kräftig, oder? Das stimmt, aber ich habe Hunger. Vielleicht schmeckt er ja besonders. Stimmt gerne! Saftige Muskeln! Oh, lecker! Was? Moment. Äh, hallo? Hä? Hä? Weiß ich nicht. Okay, das ist er, glaube ich. Äh. Ey, raus mit euch! Nein! Ah! Raus, Flo! Nein! Oh mein Gott, Hilfe! Was hat denn da gerade für Zimmer? Oh no! Warte, dann können wir nicht essen, oder? Ich glaube nicht. Ich verstecke mich lieber. Ein Schaf! Nein, lass das Schaf in Ruhe. Wir sind Zombies, wir sind keine Kannibalen. Aber ich habe auch Gehirn, oder? Schafe haben... Hast du ein Gehirn? Hier ist niemand, ne, hier ist gar keiner. Hier ist niemand, ne? Oh Mann, aber ich kriege langsam echt Hunger. Da vorne ist jemand. Wo denn? Moment, Moment, Moment! Warte, Zombie! Du musst dich auch hinstellen wie ein Zombie, Flo. Komm, komm, komm. Okay, wir gehen jetzt da hin. Wir kriegen den, okay? Da vorne steht er. Warte mal, nein, der hat uns gesehen, oder? Okay, schnell. Genau für diesen Moment habe ich trainiert. Wir kriegen dich! Wir kriegen... Was? Moment, was? Hey, Junge! Ihr kriegt mich nie! Ob was zur... Flo, der ist ja... Wer ist das? Lass den Mauer machen. Ich glaube, das ist... Oh mein Gott, was? Äh, ja. Ich glaube, den erwischen wir. Das ist Usain Bolt! Den kriegen wir niemals! Nein, der ist tausendmal schneller als wir! Oh, richter Unsinn! Hätte er! Ich glaube, der ist hier langgelaufen, oder? Ist gemein, ist gemein, ist gemein. Was, wenn wir ihn überwaschen? Was, wenn wir ihn waschen? Trink das, dann bist du schneller auch. Belohnen, Smoothie. Okay, du bist schneller. Okay, schnell! Wo ist Usain hin? Hier ist er! Hier ist er? Das ist ein Pferd, Flo. Vielleicht hat er sich hier irgendwo versteckt. Hier ist ein Luftschiff. Hier ist auch noch ein Pferd. Wo ist ein Luftschiff? Da oben, ne? Oh, voll cool. Toki... Nein, Toxiko. Achso, nicht Tokio. Toxiko. Interessant. Oma-Rennen 2021. Oh, ein paar leckere Omis essen? Äh, ja, die kannst du essen. Leckere Gehirne? Mmh, nicht schlecht. Lass mal gucken. Da hast du einen Trailerpark? Huh, pass auf! Was? Ey, weg von der Strecke! Ich versuche hier gerade einen Rekord! Was? Warte, was? Hä? Äh, wollen wir einfach rüber? Komm, wir gehen einfach... Ja, ich würde halt gerne rüber in den Trailerpark... Was? Ah, nein! Oh mein Gott, nein, nicht mich! Nicht mich! Lassen Sie mich in Ruhe! Was zur... Okay, Moment, Moment, Moment. Schon wieder! Okay, jetzt schnell. Ja, jetzt schnell. Warte, ich kann nicht so schnell. Ich bin ein Zombie. Ich muss... Du musst die Zombie-Position einnehmen, wenn du angreifst, okay? Nein, nicht schon wieder! Wow, okay, okay. Ich gebe es auf, ich gebe es auf. Komm, bitte. Hier ist doch noch was, oder? Sind die nicht auch Wohnwegen? Okay, guck mal, hier sind so kleine... So kleine, süße Köpfe. Ich glaube, diese netze Zombies laden uns quasi ein, hier reinzukommen, oder? Ich glaube, das ist ein Zombie-Jäger, hier. Nein, das ist ein Begrüßungsschild, glaube ich. Amatello-Schilderpark. Lass mal reingehen. Okay, Angriffsposition ist eingenommen. Dann lass mal schauen. Warte... Warte, was? Die Leute da hinten essen... Essen die Zombie? Freunde, ich glaube, die essen Zombie. Oh, da ist ein Süßer... Lauf! Hund! Was? Nein! Die schießen. Oh mein Gott, was? Da ist so ein Typ! Nein, die ganzen Hunde! Flo, Hilfe! Hilfe! Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Schnell, hier, 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 hier! Oh Gott! Hilfe! Warte mal, ich will das Motorrad! Nein! Gib mir das! Nein, Flo, das ist mein Motorrad! Warte, jetzt muss ich das Ding nehmen! Das passt mir viel an! Oh mein Gott! Warte mal, was? Du bist langsam als ich, oder? Nein! Yes! Und der hat verfolgt sich einfach! Okay, jetzt schnell weg hier! Warte, da steht noch ein Motorrad! Ah, schnell ausweichen! Okay, okay, ich glaube, wir sind für safe, oder? Ich habe ihn abgewimmelt! Ja, ist er weg? Komm, versteck dich! Junge, was? Hier ist einfach noch ein Motorrad! Kann er es weg? Nee, ich habe keinen Schlüssel dafür! Lord, hier ist ein Skelett! Hallo? Ist alles gut? Geht sie gut mit dem Hund? Moonshine! Moonshine? Ist alles okay? Alles noch dran? Naja, bist ja eh ein Zombie, von daher... Guten Tag! Hey, ho! Nicht viele trauen sich so nah an den Reaktor! Was für ein Reaktor? Oh nein, nuklear... Äh, Gebäude? Was? Wollt ihr meine Tränke mal probieren? Ich habe sie aus dem Atomwasser gebraut! Äh, okay... Äh, Moonshine... Interessant! Früher war ich nur ein klackriges Skelett! Aber seht mich jetzt an! Ja, viel cooler! Sieht aus wie ein richtig cooles Skelett! Äh, ich würde mich lieber trinken! Meinst du nicht? Hast du es getrunken? Ja, guck mal drauf! Das Original bekommt ihr natürlich nur dort drin, falls der Professor euch ranlässt! Äh, okay, cool, danke! Und, wie schmeckt es euch? Was ist denn das? Übelkeit? Schnelligkeit? Stärke? Ähm, okay, ich glaube, ich verzichte! Wollen wir ihn mal fragen? Vielleicht kann er uns ja zurückverwandeln mit irgendwelchen nuklearen Waffen oder sowas! Also du meinst, dass er uns entzombifiziert? Ja, ich hoffe, dass wir wieder zu Menschen melden können! Ich meine, ich sehe eigentlich ganz süß aus als Zombie, finde ich, aber sonst wäre ich doch lieber gerne wieder eine Maus! Oh, hier! Was? Das ist eine Spinne! Was? Reaktor, boah! Das ist eine Spinne! Pass auf! Ich bin echt eine Spinne! Willkommen! Wir bekommen nicht sehr häufig Besuch! So, die Spinne ist der Professor! Die Leute haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was wir hier tun! Also, was hat euch hierher verschlagen? Oh mein Gott! Ähm, wir würden gerne wieder menschlich werden, wir sind Zombies! Oh, na, wenn das so ist, kommt mit, folgt mir! Oh, ah! Iii, der hat sechs Beine! Oder acht? Wie viele Beine am Spinnen? Acht! Acht! Iii, ist ja noch ekliger! Er hat uns aufgemacht! Hier durch! Was machen wir jetzt hier? Da scheinbar durch! Wir müssen zum Kern des Reaktors! Was hat der jetzt vor? Warte mal, hier! Was? Radiation! Cleaning! Okay, wir sind jetzt im Reaktor, im Atomreaktor! Oh was, die Spinne ist da! Oh mein Gott! Das sieht aber gefährlich aus! Trinkt das Reaktorwasser, es wird euch heilen! Das hier? Das sollen wir trinken! Ich spring doch nicht da rein! Ich war mal eine hässliche Spinne und seht mich jetzt nur an! Ja, sie sehen viel besser aus als damals, bestimmt! Ich glaube, das hier, oder? Es ist köstlich! Was kann schon Schlimmes passieren? Oh, du hast aufgehört zu brennen! Nice! Okay, dann lass uns mal gucken! Wollen wir da wirklich reingehen? Ich meine, jetzt recht! Was kann schon Schlimmeres passieren? Eigentlich! Oder? Äh! Okay, ich bin auch drin! Oh mein Gott! Und wird das jetzt besser? Oh no, wie kommen wir raus? Hier sind Leitern! Nein, ich sehe nichts! Mal untertauchen! Okay! So, jetzt? Bin ich noch ein Zombie? Hallo? Wie flackert alles! Nein, ich bin immer noch ein Zombie! Das hat nicht funktioniert, Professor! Nun, es kommt schon mal vor! Manchmal kann euch nicht mal das Wasser mehr heilen! Na toll! Ah, cool! Dann war alles umsonst! Tut mir leid, aber ihr werdet wohl für immer Zombies bleiben! Besser als eine Spinne zu sein! Also dann komm, lass aufhauen! Er kann uns auch nicht helfen! Er kann uns auch nicht helfen! Komm, wir gehen nach draußen! Ah, wieder in der frischen Luft! Und immer noch Zombies! Das ist doch furchtbar! Ich will kein Zombie sein! Oh, Isi! Was? Isi? Alles gut? Ja, was ist... Hä? Geht's hier nicht gut? Plus, alles in Ordnung? Ah! Was, du... Was? Oh mein Gott! Äh... Was? 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 Okay, das Reaktorwasser hat dich zu dem Teil eingemacht! Okay, alles klar! Freunde, dann war es uns hier wohl! Oh nein, Flo ist hinter mir her! Mit unserer kleinen Folge von Minecraft and Zombies! Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen ist! Oh Gott, Flo ist echt hinter mir! Oh nein! Nein! Er ist schneller als ich! Nein, 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 nein! Ich muss weg hier! Lasst ein Like da! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Da gibt's da nicht alle noch einen wunderschönen Tag! Und hasta la pasta! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.